Kauft günstige Fortnite-Waffen, Items sowie Ressourcen auf u4gm.com Mit dem Code ASI bekommt ihr 5% Rabatt auf die Produkte und unterstütze bei It's Asi TV. Ansonsten noch viel Spaß mit dem Video. Was geht ab, liebe Asi Army, wie ihr wisst, habe ich ein Video gegen Real Ari hochgeladen. Natürlich haben seine Fanboys unter meinem Video kommentiert. Und die Kommentare lesen wir uns einfach mal gemeinsam durch. Du bist so ehrenlos, ich war ein Fan von dir. Aber ich habe gesehen, was du über Ari schreibst. Und schreibst, dass er ein Nigger ist. Und dass Nigger nicht schneiden können, du ehrenlos sehr. Und dann sagst du, Mensch ist Mensch, du bist ein Rassist. Obwohl du auch Ausländer bist, denkst du, dass du nur eine weiße Community hast. Ich habe von deinem Chat und Tonaufnahmen Screens. Und dann bettelst du nach einem Push auf Insta, aber hast Torbi bekommen Lappen. Krass, wie schnell man Leute manipulieren kann. Ich meine, man kann in 5 Sekunden einen Fake-Chat erstellen. Und schon glauben es die ganzen kleinen Kinder. Allein der Fake-Chat ist total reingeschissen. Ich meine, du schreibst, kennst du Ari. Welcher LDW-YouTuber kennt Ari nicht? Und dann noch, verlinke mich mal mit 2 Ausrufezeichen. Ich habe noch nie in meinem Leben 2 Ausrufezeichen gemacht, Digga. Bin ich Alman oder was? Er schreibt meinen Namen richtig, aber den, den er unterstützt, schreibt er einfach total falsch, Digga. Was für eine Community, Mann. Alter, langsam regst du mich auf. Du solltest selbst mal zerstört werden. Immer und immer wieder. Äh, der und der wurde zerstört. It's AsiTV denkt sich, ha geil, ich krieg Klicks und Fame. Edit. Nur weil er dich nicht verlinkt hat? Warum suchst du den Beef? Weil ich im Video vielleicht die Hauptrolle gespielt habe und ich mit ihm quasi ein Verständnis hatte, dass er mich erwähnt, was er aber nicht getan hat und selbst nicht in die Beschreibung gepackt hat. Stell dir vor, du wurdest eingeladen, um eine Show abzuziehen, damit du bekannter wirst. Da der Ladeninhaber dir versprochen hat, dich nach dem Konzert zu erwähnen, damit alle wissen, wer du bist. Nach dem Konzert verschwindet er aber, antwortet dir nicht und kommt zehn Minuten später zurück. Er zeigt dir sein Handy und du kannst deutlich lesen, wie da steht, Sänger sind gut, obwohl er Spongebob-Singgut schreiben sollte. Dann verzieht er sich einfach und du selbst realisierst, dass dein Traum gescheitert ist. Nur weil er zu selbstverliebt war, dich zu erwähnen. Hey Junge, hast du eigentlich Hobbies? Kannst du eigentlich noch was anderes, außer alle ADW-Tuber zu zerstören? Lass sie doch machen! Liken, wer es auch so sieht! Ah, okay, verstehe, aber wenn John Broke was hochlädt, Mert was hochlädt oder ABK was hochlädt gegen andere, sagt dir auf einmal gar nichts, ne? Weil es ja nicht real Ari ist! Oh, Scammer wird gescammt! Er wird um sein ganzes Totengräber, seinen ganzen Inventar gescammt, Leute! Allahu Ekber! Leute, ich weiß, dass ihr mir nicht glaubt, aber jetzt ACTV ist der, der auf Abos geirrt. Warum sollte er solche Zerstörungsvideos machen? Er weiß, dass er damit gute Abos kriegt. Ich weiß, dass sie PKTV faked, aber bei Real Ari ging's zu weit. Er wird jetzt zerstört. Jetzt ACTV, wenn du das siehst, du kleiner Hund. Ist ja nicht so, dass meine Abonnenten auch durchschnittlich immer normal laufen, auch wenn ich keine Zerstörungsvideos mache. Aber nein, ihr kommt ja immer dann, wenn ich jemanden zerstöre. Komisch, immer dieser Hater. Ich fand dich richtig geil, aber jetzt machst du nur noch Beef gegen andere RDW-YouTuber. Mike hat so recht. Früher hab ich das nie gemacht, ne? Blödsinn. Das hab ich immer gemacht, Digga. Tu nicht so, als ob's neu wäre. Was hast du gegen Real Ari, Alter? Du bist voll der Opfer, Alter. Du Hundesohn, Alter. Er ist besser als du. Schau das Video, dann weißt du, was ich gegen ihn habe. Und außerdem, ja, du hast recht, er ist besser als ich. Nächstes Mal mach ich bei meinen Thumbnails mehr Pfeile, Leute. Und ich mach auch ein fette Clickbait mit Scammer und dies, das, Leute. Ihr habt einfach nur recht. Wieso Wendesu? Dafür muss ich leider nen Dislike zugeben. Sorry. Genau so muss das sein. Wenn ich ein Video mache, wo ich 10 Kindern das Leben rette, dislikest du trotzdem, weil am Anfang Wendesu redet, Digga. Genau so muss das sein. Digga, ehrenlos. Du nutzt es nur aus, die Abonnenten bist du. 100k hast, dann zertrille du noch V-Skills oder was, Ari-Army. Oha, jetzt hab ich Angst. Ein richtiger Ari-Fan. Und den epischen Sieg als Profilbild. Digga, episch Sieg schafft doch keiner, Bruder. Oha. Und warum soll ich gegen V-Skills ein Video machen? Hat er mich immer erwähnt? Ja. Gibt er sich Mühe bei seinen Videos? Ja. Ist er korrekt zu YouTubern und zu Abonnenten und sonstigen und auch zu mir? Ja. Das ist ein Ehrenmann. Versteht ihr das? Ich weiß, wer ein Ehrenmann ist und wer nicht. Okay? Wenn ich so ein ehrenloser Bastard wäre, würde ich jetzt gerade nicht sagen, dass V-Skills ein Ehrenmann ist. Also macht eure Augen auf, wir kleinen Kinder. Scheiß jetzt, ACTV. Du laberst so scheiße. Alle für real, Ari. Alter, wie krank und radikal. Stellt euch mal vor, der wäre Richter. Du hast zwar Beweise gezeigt, aber ich bin für real Ari. Real Ari is the best. Aber Herr Richter, ich habe Beweise gezeigt. Und außerdem sieht man doch gar... Schweig still! Von mir aus kann Ari auch 50 Menschen umbringen. Real Ari is für immer the best. Aber Herr Richter, ich... Halt mal die Fresse, du Peach. Wenn für dich Prank zu klein geschrieben ist, dann kauf dir eine Brille. Du Kek, Junge. Guckst du dreimal auf Thumbnail oder was? Man guckt einmal ganz kurz auf Thumbnail und danach guckt man auf Titel, dann rückt man direkt drauf. Denk doch mal ein bisschen logisch nach, Junge. Stopp, du brauchst zehn Brillen, alle. Auch wenn er nichts zu schneiden hat, ist er ja dann trotzdem besser als du. Mal sehen, wie loyal seine Armee wirklich ist. Ich habe einfach mal unter sein Video geschrieben. Nicest Video, Diggi. Habe es mir gerade gegönnt. Mal sehen, was er dazu schreibt. Oh mein Gott, wie loyal sind die, Diggi. Der drückt mir Herz, Like, schreibt dreimal ja moin und so. Kann es gar nicht realisieren. Oha, Diggi, du hast voll eine stramme Community. Du bist so ein Pisser. Am Anfang habe ich gedacht, du wärst cool. Aber alle zwei Tage kommt ein neues Video gegen einen anderen YouTube. YouTube, Arthur Weiß hat so recht, jeden zweiten Tag kommt ein Video gegen einen RDW-YouTuber. Oh Gott. Deine Meinung juckt eget keinen, aber egal. Wenn dir jemand sagt, das Auto wäre ein Maserati Quadroporte GTS, würdest du sagen, nein, es ist nur deine Meinung. Oder was? Denk mal ein bisschen logisch nach, Diggi. Dein Ernst, Hals, Maul, ich glaub dir nicht mehr. Ja, ja, du bist der Einzige. Hm, deine Gerechtigkeit. Willst doch nur gerechte Abos, Junge. Hör auf, Leute zu zerstören, Diggi. Bitte, heal auf die Schlechte zu reden. De-Abo, Hashtag RealAriArmy. Ich werde jetzt drei Bilder zeigen und somit habe ich ihn zerstört, bei Gott sogar. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Dankeschön und ciao. AsiArmy. AsiArmy. AsiArmy.